Wir haben hier eine wirklich tolle Turnierwoche erlebt, wir haben tolle Matches gehabt, wir haben vor allem eine sehr gute Zuschauerresonanz und das ist uns vor allem sehr wichtig, dass wir Tennis direkt live vor Ort anbieten können. Das haben wir geschafft und da freuen wir uns auf ein tolles Endspiel mit den Damen und anschließend bei den Herren. Es war einfach eine Freude, heute wieder auf dem Platz zu stehen und das zu machen, was mir persönlich sehr viel, wenn nicht sogar am meisten Spaß macht, nämlich Tennis-Wettkampf-mäßig zu spielen. Deswegen war es einfach wieder eine großartige Sache heute von den Leuten zu spielen und ich habe wirklich genossen und dass ich natürlich heute noch zu Bonn-Hack gespielt habe, das kundet die Sache ab und ich wollte natürlich dann aufs Finale kommen. Bis zum nächsten Mal.